so wir sind hier bei der nächsten tagesaufgabe nämlich trage einen gefallenen gegner und lasse ihn zu boden fallen also in der aufgabe nicht selber vertreibt ich habe eben selber noch mal nachgucken müssen wie die aufgabe funktioniert aber ich hoffe ich kann es euch jetzt ganz simpel zeigen sie gegner hin einmal fallen lassen und dann mit dreieck aufheben und so habe ich es immer gemacht es war falsch denn wir müssen den tragen und einfach dreieck wieder fallen lassen einfach dreieck dreieck aufheben und mit dreieck wieder fallen lassen an der aufgabe ich bin nämlich bald selber an der verzweifelt denn ja hier ist mein team ich bin einfach reingegangen sorry alex aber ich bin gerade video aufnehmen so ihr wisst ja wenn ich euch bei aufgaben helfen konnte ihn gerne leichter lassen und gerne aber da lassen und gern auch ein creator code eintragen gegner hat schon keinen bock mehr die med ist einfach ausgegangen auch nicht schlecht und ich hoffe ich konnte euch damit weiterhelfen und in dem sinne würde ich sagen schauen wir uns die aufgabe noch mal gerade an trage einen zu boden gegangenen gegner und lass ihn fallen so ist die aufgabe und in dem sinne würde ich sagen haut rein